In dem Moment, wo mir jemand sagt, er möchte eigentlich zusätzliche Kassen haben, in dem Moment, also ein Eurozonenbudget zum Beispiel haben, ein Euro Finanzminister, frage ich immer, wo kommt das Geld her, ist das zusätzliches Geld? Und vor allen Dingen dann bin ich dafür an anderer Stelle bereit zu sagen, da brauche ich aber nicht mehr. Und diese Vorschläge, dieser Teil, und man muss Macron einfach differenziert sehen, den muss ich von dem anderen trennen. Die Strukturveränderungen, die kann ich machen, indem ich über die Frage des europäischen Haushalts etwas tue. Also dafür brauche ich einen Euro Finanzminister nicht. Ich brauche nicht zusätzliche Milliardenbeträge, um Banken zu sichern. Und ich brauche auch nicht zusätzliche Milliardenbeträge, um neue Investitionen zu machen. Dafür habe ich eine europäische Investitionsbank, die mit einem dreistelligen Milliardenvolumen das macht. Ich habe einen europäischen Stabilitätsmechanismus, der mit 500 Milliarden eine Sicherheit bietet. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Denn Geld verführt dann doch dazu bei den meisten Politikern, da nehme ich keine Partei von aus, zu sagen, was könnten wir denn damit machen, wo könnten wir es denn auch ausgeben, um zu zeigen, dass wir beliebt sind. Und da habe ich auch in vielen Gesprächen mit den Franzosen bisher noch nicht herausbekommen, warum dieser finanzielle Teil notwendig ist, mit einer Ausnahme, da gehen wir wahrscheinlich überein, den europäischen Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds umzuwandeln, der dann nicht erst, bleiben wir bei dem Bild, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, reagiert, sondern früher reagiert, darüber können wir reden. Aber das dann schon wieder zu nutzen, um das dann für anderes auch ausgeben zu können, da sage ich dann sofort auf gar keinen Fall. Vielen Dank. Vielen Dank.